Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's mal wieder, Henry. Und zwar heute sprechen wir aus von, ähm, von so einem Dings da, von so einem Gefängnis, also von dieser da. Machen wir easy oder hard? Hm, come easy. Ich bin noch nie, ich bin nicht der Beste in Obbys. Ach, und wir reden nicht über meinen Skin. Der hat vorhin nur zwei Robux gekostet. Lohnt sich für so einen schönen Skin. Tada, so sieht er aus. Na, Spinne. Ja, ganz normal. Hier springen. Hier hoch. Jetzt hier hoch. Brr. Das anmachen. Zack. Zack. Oder easy ist doch ein bisschen zu easy. Sollten wir doch eher hard nehmen. Hä? So, jetzt... Äh, okay, cool. Ja, guck mal zu nicht. Hallo. Also beim Spiel sind ein paar Bugs. Äh. Wah! Teleportiert sich. Und außerdem, ich dachte, das ist die damit, der ihr Kopf schwebt. Also im Spiel sind ein paar Bugs. Oder das ist mein Internet. Aber ich denke, ähm... Das Spiel ist ja relativ neu. Äh, neu. Hä? Das sind auch keine Gefängnisse. Deshalb, ich denke mal... Dings... Dass es... Dass es vom Spiel ist, weil das ist schon sehr neu. Ich glaube... Ich habe Angst, dass ich runterfall. Zack. Und sorry, dass ich... Geste... äh, vorgestern kein Video gemacht habe. Das ist easy. Man kann es so gucken. Okay, das ist falsch. Das ist richtig. Die Schausel daneben. Und let's go. Gram, gram, gram. Wo sind wir jetzt? Okay. Eigentlich... Das ist eigentlich genau das gleiche wie die Baby-Aubi. Nur Dings. Nur anders halt. Egal. Wir machen es trotzdem auch, wenn es genau die gleiche Obi ist. Da zerbricht es. Und da auch. Sollen wir doch ja eine andere, weil ich habe... Komm, wir spielen doch eine andere. Bei die Baby-Aubi haben wir schon mal gespielt, oder habe ich das privat gespielt? Naja, egal. Mhm, cool. Also, wir sind so Polizisten, denke ich mal. Irgendwie... Bööö, wie sehe ich aus? Ich... Ey, anstatt dieser Typ da, anstatt er mich an Angst macht, mache ich ihn Angst. Oh, okay, krass, aha. Äh, okay, krass, aha. Wir müssen da hin. Tischenübe, okay. Hier ist noch nichts Besonderes. Oh, dieses Lachen. Der hat sich bestimmt gefreut, dass hier ein Like und Abo da gilt. Stimmt, wo ist die Puppe, äh, Dings, was ist das? Eine Puppe, oder war das? Warte, ich lese mal. Äh... Ich kann regnen. Cool. Ich kann auch regnen. Was? Hä? Okay. Cool. Achso, man bekommt Schaden. Oh. Brr. Hier, Knoblaut ist da, weil nämlich da ist es kleiner. Ein ganz normaler Tag als Mitarbeiter. Lebensmittel, cool. Ich hab Angst, dass irgendwo irgendwie ein Schamske kommt, oder so. Aber... Ja, ich wusste, dass das passieren wird. Ey, ich hab Angst. Ich hab Angst. Voll... Mann. Siss... Aber jetzt, wo ich weiß, was passiert, wird's wahrscheinlich nicht mehr gruselig. Ja, okay. Jetzt sind wir kaputt. Diesen Richtung auf jeden Fall nicht. Wir gehen mit die da... Huh! Woher kommt der denn? Ey, ich hatte Schock des Lebens. Mussten wir einen Ausgang finden? Ist das, wenn ich ausmache? Frank Lachft ja immer noch. Okay. Äh, wo ist hier der Ausgang? Also, ey, eigentlich, warum will der mich töten? Ich hab dich erschaffen. Na hör mal. Verfolg mir. Ja, wir haben es geschafft. Komm mit. Komm mit. Auch immer, wie du heißt, Ausgang. Komm mit. Ey, warum ist der nicht mitgekommen? Egal. Ist der, erhobe ich auch besser so. Bleh. Was macht der jetzt? Macht der jetzt Kaffeetränkchen? Oder geht der wieder zurück da, wo er erstellt wurde? Okay, und das geht jetzt das da, und das erschreckt mich jetzt irgendwas. Bleh. Okay, was ist hier? Achso, das ist wie grünes, ja. Ich hab mich doch nicht bewegt. Na ja, egal. Aber ist mal was anderes. Ich geh schon etwas vor, weil ich ein bisschen Angst hab. Komm. Okay, jetzt kommt gut. Hey, er bewegt sich. Hey, er bewegt sich. Na hör mal. Okay, ganz kurz weiter. Da ja, der hat uns überholt. So, Laser, ganz easy. Ah, aber ich bin vorhin. Wo muss man hin? Hey, ich bin kleiner als das, da kann ich da vorbei, oder muss ich gehen? Nee, kannst du nicht, weißt du? Hm. Ist mal was anderes. Komm ich wieder leben? Wo müssen wir eigentlich hin? Auf wen? Was? Aha, krass. Okay, cool. Bitte warten. Nein. Ich warte nicht. Ich doch nicht. Okay, was... Ey, ist da schon das Ende? Nee, das... Kommt da raus? Warte, ich mach alles voll. Passiert dann irgendwas? So, hier hin. Nein, ich will das noch wollen. Okay, warte. Nein, ich hab's geresettet. Zu einem sicheren Platz? Hä? Ach so, jetzt verfolgt der uns. Hey, ich dachte... Ach so, man muss so lange überleben. Jetzt hab ich's besser verstanden. Ich dachte, ich muss jetzt zum Ausgang jetzt wieder warten. Ich bin toll. So. Warte, ich mach ein A für Abonnieren. Zurücksetzen. Ein A. So. So. So dahin. So dahin. Und so. Erkennt man das als ein A? Nee, ganz und gar nicht. Ey, stimmt. Man kann da hoch. Danke für diesen Tipp. Da hoch ist der. Dann da hoch. Dann da hoch. Kommt der überhaupt so hoch? Ey, warte. Ich benutze ihn. Oh, schade. Oh, Kacke. Hallo? Ist er an? Wow, er zerstört ja alles. Sag mal, mach doch nicht alles kaputt. Jetzt geh ich da hin. Ich benutze ihn tausend. Oh, er hat doch keinen. Genau. Das ist eben Teil von Schlauch. Oh. Ey, der ist 10.000 Mal schneller als ich. Das ist unfair. Ey, der ist schneller als ich. Das ist unfair. Das ist unfair. Hey, und außerdem, Bob, müsst ihr noch da. Mach Reset. Hm, wo könnte ich denn hin? Da. Dann hoch. Nee, da wäre er als erstes. Das ist Notausgang. Zerstört er das schon? Oder? Ja, wenn er da jetzt abgelenkt ist, dann verwirre ich den jetzt ein bisschen. Komm, ja. Bleib hier. Bleib hier. Ja, ja. Guck, genau das meine ich. Oh, jetzt ist er kritisch. Jetzt wird's kritisch. Der Plan ist aufgegangen. Wird ein bisschen schwer. Kann man jetzt schon was gratis bekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Soll ich als erstes... Nein. Wie kann man das überleben? Ja, stimmt. Als erstes da hin. Ja, das hält ihn schon mal auf. Er muss alles kaputt machen. Das verschwendet schon viel Zeit. Oh. Der ist schnell mit Spielen fertig. Ja. Ja. Es geht schon. Es geht schon wie ich wollte. Okay. Ja, okay. Was ist das? Jetzt der Chalker kommt. Ja. Fünf. Drei. Zwei. Eins. Go. Ja. Wo ist eigentlich der eine hin? Dann hat er es schon geschafft. Ich dachte schon, ich brauche jetzt so gefühlt 10.000 Versuche. Wihi. Da hochrücken. Was ist hier? Wie viele Stage gibt es eigentlich? Ich glaube 20. Was muss ich machen? Ich habe nicht gelesen. Ach Mann. Jetzt kommt der Frondine. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Es war so klar. Schon wieder geladen. Okay. Hm. Ja. Hier rein. Hey, das kann er mich sehr an Poppy Playtime. Oder auch wie das heißt. Ich bin jetzt nicht der Beste im Fahren. Juhu. Ich bin jetzt nicht der Beste im Fahren. Juhu. Ich glaube hier langsamer. Ich glaube hier langsamer. Dann geht schon das Video. Tue schon. Schon 14 Minuten, ne? Hier. 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 Den schweren Teil geschafft. Ich kann überhaupt nicht lenken. Hier hoch und hier hin. Hier hin. Und Leute, ich habe bald 20 Abonnenten. Bitte abonniert. Und hier hoch und jetzt da hier runter. Ja, das Auto ist einfach verschwunden. Bei welcher Stage bin ich schon 14? Dann nur noch 20. Äh, ne, 6. Sparspiele, okay, 4. Was? Hä? Bin ich ein Mario oder was? Ui. Ach so, hä, ist wirklich Mario. Ah, das verfolgt mich der Typ, der will. Ey, äh, ja, okay. Hä? Das ist einfach wirklich Bowser. Äh, der Typ ist Bowser. Der Typ da ist Bowser und wir sind Mario. Wir sehen schon seine Hand. Der Tisch, der ist richtig schnell. Sei bitte nicht so schnell. Langsamer. Langsamer. Ja, danke. Langsamer. Langsamer. Ich sagte langsamer. Ah. Brr. Das ist jetzt da cool. Juhu. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Aber der ist schon ganz schön schnell. So. Hier hin. Brr. Komm. Okay, jetzt habe ich so ein Gefühl, dass ich es schaffen werde. Und, ähm, die Cam, die Cam, die lasse ich, ähm, also die Maske, die geht wieder. Also ich kann ihn einstellen jetzt da wieder. Aber ich lasse für die nächsten Tage sie nicht an. Weiß nicht warum. Zack. 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 Oh Gott. Yes, hab ich. Mann. Wir sehen uns wieder, wenn ich es geschafft habe.